Moin moin liebe Super-Suchties, mein Name ist Fluppy. Willkommen zum Feed-Flash von heute unterteilt in 4 Videos und das sind die Themen. O2-Router nicht mehr sicher. Battlefield 4 nächstes DSC bringt Cod-Schild. Sony präsentiert Oculus Rift-Killer. Und neuer Steam-Konkurrent Glyb. Los geht es mit O2. Wer von euch hat einen O2-Router zu Hause stehen? Herzlichen Glückwunsch, euer WLAN ist unsicher. Vor ein paar Wochen war es die Fritzbox, jetzt anscheinend auch der O2-Router. Es gibt ein Sicherheitsproblem mit dem vorangestellten WPA2-Schlüssel. Der wurde mit einem unsicheren Verfahren erstellt und kann ziemlich schnell und einfach geknackt werden. Die meisten von euch haben sicherlich ein eigenes Passwort erstellt, was meistens auch die beste Option ist. Für alle, die den Schritt übersprungen haben, bitte ändert das WLAN-Passwort jetzt. Geräte, die betroffen sind 6431, 4421 und 1421, O2 sowie ehemalige Alice-Router. Also überlegt euch schon mal ein neues, sicheres Passwort. Sowas wie den Namen eures Haustieres oder der Geburtstag eurer Freundin. Also wirklich komplett felsenfeste Daten. Für mehr Infos zu dem Problem hat O2 eine Infoseite eingerichtet, habe ich euch wie immer in der Beschreibung verlinkt. Wie sicher ist euer WLAN-Passwort?